Surah 14 Ibrahim, Abraham, Offenbart zu Mekka 52 Ayat Im Namen Allahs, des Allerbarmers des Barmherzigen, Ali Flamra, Dies ist ein Buch, das wir zu dir herabgesandt haben, auf das du die Menschen mit der Erlaubnis ihres Herrn aus den Finsternissen zum Licht führen mögest, auf den Weg des Erhabenen, des Preiswürdigen. Allahs ist, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und wehe den Ungläubigen wegen der schrecklichen Strafe. Es sind jene, die das Leben des Diesseits, dem des Jenseits vorziehen und von Allahs Weg abhalten und ihn zu krümmen trachten. Sie sind es, die in großem Irrtum weit gegangen sind. Und wir schickten keinen Gesandten, es sei denn mit der Sprache seines Volkes, auf das er sie aufkläre. Dann erklärt Allah zum Irrenden, wen er will, und leitet Recht, wen er will. Und er ist der Erhabene, der Allweise. Und wahrlich, wir entsandten Moses mit unseren Zeichen und sprachen, führe dein Volk aus den Finsternissen zum Licht und erinnere es an die Tage Allahs. Wahrlich, darin liegen Zeichen für jeden Geduldigen, Dankbaren. Und damals sagte Moses zu seinem Volk, denkt an die Gnade Allahs an euch, als er euch vor den Leuten Pharaos errettete, die euch mit schlimmer Qual bedrückten, eure Söhne abschlachteten und eure Frauen am Leben ließen. Und darin lag eine gewaltige Prüfung von eurem Herrn für euch. Und da kündigte euer Herr an, wenn ihr dankbar seid, so will ich euch wahrlich mehr geben. Seid ihr aber undankbar, dann ist meine Strafe wahrlich streng. Und Moses sagte, wenn ihr ungläubig seid, ihr und wer sonst noch alles auf Erden ist, wahrlich, Allah ist auf keinen angewiesen, preiswürdig. Kam zu euch denn nicht die Kunde von jenen, die vor euch waren, von dem Volk Noas, den Arz und Tamud und von denen, die nach ihnen kamen? Niemand kennt sie außer Allah. Ihre Gesandten kamen mit deutlichen Zeichen zu ihnen, jedoch sie hielten ihnen die Hände vor den Mund und sagten, wir glauben nicht an das, womit ihr gesandt worden seid, und wir befinden uns wahrlich in bedenklichem Zweifel über das, wozu ihr uns auffordert. Ihre Gesandten sagten, existiert etwa ein Zweifel über Allah, den Schöpfer der Himmel und der Erde? Er ruft euch, damit er euch eure Sünden vergebe und euch Aufschub bis zu einer bestimmten Frist gewähre. Sie sagten, ihr seid nur Menschen wie wir. Ihr wollt uns von dem abhalten, was unsere Väter zu verehren pflegten. So bringt uns einen deutlichen Beweis. Ihre Gesandten sagten zu ihnen, Wir sind nur Menschen wie ihr, jedoch Allah erweist Gnade, wem von seinen Dienern er will. Und wir besitzen keine Macht dazu, euch einen Beweis zu bringen, es sei denn mit Allas Erlaubnis. Und auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen. Und warum sollten wir nicht auf Allah vertrauen, wo er uns doch unsere Wege gewiesen hat? Und wir wollen gewiss mit Geduld alles ertragen, was ihr uns an Leid zufügt. Auf Allah mögen denn diejenigen vertrauen, die sich auf Allah verlassen wollen. Und jene, die ungläubig waren, sagten zu ihren Gesandten, Wahrlich, wir werden euch sicherlich aus unserem Land vertreiben, wenn ihr nicht zu unserer Religion zurückkehrt. Da gab ihr Herr ihnen ein, Wir werden gewiss jene zugrunde gehen lassen, die Frevler sind, und wir werden euch wahrlich nach ihnen das Land bewohnen lassen. Das gilt für den, der das Auftreten vor mir fürchtet, und auch das fürchtet, was meine Drohung angeht. Und sie erflehten den Sieg, und jeder hartnäckige Zyranstuck fehl, und hinter ihm rückt Jahannam her, und er wird von Eiter getränkt werden. Er wird ihn hinunterstucken und kaum daran Genuss finden. Und der Tod wird von allen Seiten zu ihm kommen, doch er wird nicht sterben. Und vor ihm liegt noch eine strenge Strafe. Die Lage derer, die nicht an ihren Herrn glauben, ist die, ihre Werke sind gleich Asche, auf die der Wind an einem stürmischen Tag heftig bläst. Sie sollen keine Macht haben über das, was sie erworben haben. Das ist wahrlich die weitgegangene Irreführung. Siehst du denn nicht, dass Allah die Himmel und die Erde in Wirklichkeit erschaffen hat? Wenn er will, so kann er euch hinwegnehmen und eine neue Schöpfung hervorbringen. Und das ist für Allah keineswegs schwer. Und sie werden allesamt vor Allah hintreten, dann werden die Schwachen zu den Hochmütigen sagen, gewiss, wir waren eure Gefolgsleute. Könnt ihr uns also nicht etwas von der Strafe Allahs abnehmen? Sie werden sagen, hätte Allah uns den Weg gewiesen, wir hätten euch sicherlich den Weg gewiesen. Es ist gleich für uns, ob wir Ungeduld zeigen oder geduldig bleiben. Es gibt für uns kein Entrinnen. Und wenn die Sache entschieden worden ist, dann wird Satan sagen, Allah hat euch ein wahres Versprechen gegeben. Ich aber versprach euch etwas und hielt es nicht. Und ich hatte keine Macht über euch, außer euch zu rufen. Und ihr gehorchtet mir. So tadelt nicht mich, sondern tadelt euch selber. Ich kann euch nicht retten, noch könnt ihr mich retten, ich habe es schon von mir gewiesen, dass ihr mich Allah zur Seite stelltet. Den Messetätern wird wahrlich eine schmerzliche Strafe zuteil sein. Und diejenigen, die da glauben und gute Werke tun, werden in Gärten eingeführt werden, durch die Bäche fließen, um mit der Erlaubnis ihres Herrn ewig darin zu wohnen. Ihr Gruß dort wird lauten, Friede. Siehst du nicht, wie Allah das Gleichnis eines guten Wortes prägt? Es ist wie ein guter Baum, dessen Wurzeln fest sind und dessen Zweige bis zum Himmel ragen. Er bringt seine Frucht zu jeder Zeit mit der Erlaubnis seines Herrn hervor. Und Allah prägt Gleichnisse für die Menschen, auf das sie nachdenken mögen. Und das Gleichnis eines schlechten Wortes aber ist wie ein schlechter Baum, der aus der Erde entwurzelt ist und keinen Halt im Boden hat. Allah stärkt die Gläubigen mit dem festgegründeten Wort in diesem Leben wie im Künftigen. Und Allah lässt die Fräfler irre gehen und Allah tut, was er will. Siehst du nicht jene, die Allahs Gnade mit der Undankbarkeit vertauschten und ihr Volk in die Städte des Verderbens brachten? Es ist Jahannam. Darin werden sie brennen und das ist eine schlimme Unterkunft. Und sie haben Allah Nebenwuder zur Seite gesetzt, damit die Menschen von seinem Weg abirren. Sprich, vergnügt euch eine Weile, dann aber endet eure Reise im Feuer. Sprich zu meinen Dienern, die gläubig sind, sie sollen das Gebet verrichten und von dem, was wir ihnen gegeben haben, geheim und offen spenden mögen, bevor ein Tag kommt, an dem es weder Handel noch Freundschaft geben wird. Allah ist es, der die Himmel und die Erde erschuf und Wasser aus den Wolken niederregnen ließ und damit Früchte zu eurem Unterhalt hervorbrachte. Und er hat euch die Schiffe dienstbar gemacht, damit sie auf dem Meer auf seinen Befehl fahren. Und er hat euch die Flüsse dienstbar gemacht. Und er machte euch die Sonne und den Mond dienstbar, die voller Eifer sind. Und dienstbar machte er euch die Nacht und den Tag, und er gab euch alles, was ihr von ihm begehrtet. Und wenn ihr Allahs Wohltaten aufzählen wolltet, würdet ihr sie nicht vollständig erfassen können. Siehe, der Mensch ist wahrlich frevelhaft, undankbar. Und damals sagte Abraham, Mein Herr, mache diese Stadt zu einer Stätte des Friedens und bewahre mich und meine Kinder davor, die Götzen anzubeten. Mein Herr, sie haben viele Menschen irregeleitet. Wer mir nun folgt, der gehört sicher zu mir. Und wer mir nicht gehorcht, sagt, siehe, du bist allverzeihend barmherzig. Unser Herr, ich habe einen Teil meiner Nachkommenschaft in einem unfruchtbaren Tal nahe bei deinem heiligen Haus angesiedelt. O unser Herr, auf das sie das Gebet verrichten mögen. So mache ihnen die Herzen der Menschen zugeneigt und versorge sie mit Früchten, damit sie dankbar sein mögen. Unser Herr, du weißt, was wir verbergen und was wir kundtun. Und vor Allah ist nichts verborgen, ob auf Erden oder im Himmel. Alles Lob gebührt Allah, der mir, ungeachtet des Alters, Ismael und Isaak geschenkt hat. Wahrlich, mein Herr ist der Erhörer des Gebets. Mein Herr, hilf mir, dass ich und meine Kinder das Gebet verrichten Unser Herr und nimm mein Gebet an. Unser Herr, vergib mir und meinen Eltern und den Gläubigen an dem Tage, an dem die Abrechnung stattfinden wird. Und denke nicht, dass Allah nicht beachtet, was die Frevler tun. Er gewährt ihnen nur einen Aufschub bis zum Tage, an dem die Augen starr blicken werden. Angstvoll eilen sie vorwärts mit hochgereckten Köpfen und ihr Blick kehrt vor lauter Starren nicht zu ihnen zurück und ihre Herzen sind leer. Und warne die Menschen vor dem Tag, an dem die Strafe über sie kommen wird. Dann werden die Frevler sagen, unser Herr, gib uns für eine kurze Frist Aufschub, wir wollen deinem Ruf Gehör schenken und den Gesandten Folge leisten. Habt ihr nicht zuvor geschworen, der Untergang werde euch nicht treffen und ihr wohnt in den Wohnungen derer, die gegen sich selbst frevelten und es ist euch deutlich gemacht worden, wie wir mit ihnen verfuhren und wir haben euch klare Beweise geliefert. Und sie haben bereits ihre Ränke geschmiedet, aber ihre Ränke sind bei Allah und wären ihre Ränke auch derart, dass durch sie Berge versetzt werden sollten. Denke nicht, dass Allah sein Versprechen seinen Gesandten gegenüber nicht halten werde. Gewiss, Allah ist erhaben, ist der, der seine Vergeltung fühlen lässt an dem Tage, da die Erde in eine andere Erde verwandelt werden wird und auch die Himmel verwandelt werden. Sie werden alle vor Allah treten, den Einzigen, den Allgewaltigen. Und an jenem Tage wirst du die Sünder in Ketten gefesselt sehen. Ihre Händen werden aus Teer sein und das Feuer wird ihre Gesichter bedecken, auf das Allah jedem vergelte, was er begangen hat. Wahrlich, Allah ist schnell im Abrechnen. Dies ist eine Verkündigung an die Menschen, auf das sie sich dadurch warnen lassen und auf das sie wissen mögen, dass nur er der einzige Gott ist und auf das diejenigen, die Verstand haben, sich mahnen lassen. Vertraue und glaube, Amen.